Ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2 Legende von Eontor Und wir sind die letzte Party in Ruhrlängen gestiegen blieben, na klar, wie doch üblich denn hier werden wir auch ein bisschen bleiben Wir, ich habe eben noch gespeichert, aber wir gehen nur vorher nochmal hier rein zu gucken, wie das hier drin aussieht Wir waren wir nämlich noch nicht drinnen Hallo, ich war früher ein ziemlicher wilder Kerl Aber inzwischen ist ein solider Seemann aus mir geworden Damals war ich sehr oberflächlich und bin immer gleich in die Luft gegangen Er ist immer, versteht ihr, er ist immer gleich in die Luft gegangen Ist eine Bombe Naja, damals war er ein wilder Kerl, dann hat er einen Pfeil ins Nichtvorhandel in die Knie bekommen So war das Verschwinde, sprich mich nicht an Okay, beruhig dich Hallo, was geht mit dir? Was soll das? Ihr unterbrecht einfach meinen schönen Gesang Wer ich bin? Mein Name ist Corsario, ich bin Händler und damit der reichste Mann hier Na gar, na nun Herzlich willkommen, bitte mach es dir bequem Dieses Meister-Beans-Bar Eine kleine Stätte der Zwischenmenschlichen Begegnungen Übrigens gibt es ober ein Tothaus, bitte nutzt es, wenn du erschöpft bist Mach ich Wir gehen nochmal nach oben, einfach mal alles mal abchecken Man kann ja selber nochmal hüpfen Hallo Willkommen im Tothaus, ein wenig Ruhe, erfrischt, gereist und Körper Willst du für fünf Minuten ein wenig ausruhen? Nö, nö Kam jederzeit vorbei, wenn du erschöpft bist Wenn ich nur wüsste, wohin die Prinzessin gegangen ist Du weißt das sowieso nie Geh mal hier dann Das wird später nützlich, oder? Ne, wir müssen Guck mal, jetzt hängt sie doch um fest, lol Ne, da ist sie doch Ne, es wird später irgendwas Nützliches da sein, glaube ich Wir gehen aber trotzdem nochmal hoch Einmal nach links Durch das obere Ne, ihr wisst schon, diese Tür, wo wir vorbeigelaufen sind Gehen wir mal schnell nochmal abchecken So Heute bis 11 Uhr geschlossen Inventur, okay Na gut, dann lassen wir die Leute mal da ihre Inventur machen Wir gehen jetzt weiter Nach Ostend Oh, Verzeihung Noch so ein komischer Typ Hm Oh nein, Mario Die Hälfte der Münzen ist verschwunden Ey Also wirklich, was für eine Stadt Ich möchte dich gerne wiederhaben, bitte Wir gehen mal, ich weiß, ich weiß, wo der ist Ich weiß, wo der ist Keine Sorge, ich weiß, wo der ist Der gehen wir auch gleich direkt hin Der kriegt sofort Entweder war der hier rechts oder links Oder hier im Haus Ja, hier im Haus Hey Ganz schön aufdringlich von dir Ich bin bis hierher zu folgen Ist ja schon gut Du bekommst deine Münzen zurück Da hast du sie Und? Jetzt zufrieden? Ja Bin zufrieden Dieser Diese Typ Diese Leute hier, ne Das kannst du Das kannst du dir mal erzählen Klauen sie mir erstmal meine 50 Gold Münzen Und das von mir Den legendären Mario Hast du was zu erzählen? Ey Kumpel Du solltest nicht so leichtfertig Leute anquatschen Es kann sonst passieren, dass du angegriffen wirst Nimm dich also eine 8 Okay, beruhig dich Da ist ein Ton, das ist eine Röhre Oh, was haben wir denn hier? Uh Sei willkommen im Haus des großen Zauberers Merlon Merlon? Hallo Drei Insignien erhöht den Rang einer deiner Freunde Die Angeskraft des Betreffenden erhöht sich Und er lernt eine neue Technik Also Wessen Rang möchtest du erhöhen? Oh, du hast nicht genug Insignien Komm wieder, wenn du mehr hast Okay, danke Merlon Da weiß ich Bescheid, ne? Der gute Merlon Wer kennt ihn nicht? Die ist sogar hier im Spiel Oh, hier bin ich richtig Au Da sind sie ja, Professor Gombard Hm Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ähm, du bist doch Ich erinnere mich an dich Dieses Gesicht Warte, warte Gleich fällt mir auch dein Name wieder ein Also Gombabzi? Nein Hm Gombarda auch nicht Hm 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 Ah, ich hab's Gombrina Letztes Jahr hast du meine Vorlesung über Alterstum-Geschichten besucht Richtig Gombrina Studentin im fünften Semester Sie erinnern sich also noch Natürlich erinnere ich mich Ich habe ein perfektes Gedächtnis Und du warst einer meiner besten Studentinnen Aber nur dieser Mann hinter dir Den kenne ich Nicht Mario heißt er Sie wissen doch Der berühmte Mario Ach, entschuldige Ich bin so in meine Forschung vertieft Dass ich etwas weltfremd geworden bin Aber weshalb seid ihr beide eigentlich hier? Wir möchten etwas über den legendären Schatz erfahren Der hier in Ruhlingen sein soll Und wir dachten, dass sie uns sicher etwas darüber sagen könnten, Herr Professor Aber sicher kann ich das Schließlich bin ich nur nach Ruhlingen gekommen, um dieses Thema zu erforschen Aber warum interessierst du dich so sehr für den Schatz? Du weißt doch, es wird erzählt, das sei alles nur eine Legende Die Wahrheit in einer Legende zu finden, ist die Aufgabe eines Altertumsforschers Und ich glaube, dass es diesen Schatz wirklich gibt Deshalb will ich ihn finden Eine sehr kluge Antwort Und wenn das so ist, werde ich dir nach Kräften helfen Also Schon zu den Schatz selbst Sonst gibt es viele Fragen Einmal ist es die Rede von zahllosen Juwelen Dann wieder von einem magischen Item Manche sagen, der Schatz sei ein Monster Andere, die Schatzkiste sei leer Ich habe nicht die geringste Ahnung, was davon wahr ist Und was nicht Aber ich weiß, wie man den Schatz findet Ihr braucht dafür die Sternenjuwelen Sie meinen die Sternenjuwelen aus der alten Legende? Nach der sie das Äonentor öffnet Wenn alle sieben Sternenjuwelen vereint sind Genau Wie die Legende sagt Um den Schatz zu bekommen, muss man zunächst die sieben Sternenjuwelen suchen Der Besitzer der magischen Karte Halte diese vor dem Äonentor in der Höhe So, dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternenjuwelen weisen Die alten Quellen sagen also Man soll die magische Karte vor dem Tor hochhalten Dann erfährt man, wie man zu den Sternenjuwelen kommt Genau Besagtes Äonentor soll sie in den Katakomben dieser Stadt befinden Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste Und die haben wir nicht Doch, wir haben sie Die magische Karte befindet sich nämlich in Marius Besitz Was? Wie? Wirklich? Kannst du mir sie zeigen? Na klar, hier Das ist das Original Ja, das ist sie Die echte magische Karte Du bist großartig Umwerfen, wundervoll, exzellent Damit Wenn du diese Karte vor dem Tor hochhältst Verrät sie dir, wo die Sternenjuwelen sind Sie sagen es, Professor Worauf warten wir also noch? Gumbrina, Mario Auf, los Gehen wir mit der magischen Karte zum Äonentor Ja Dann Gehen wir zu mir um den Tor Den Zaun hier müsste man eigentlich entfernen können Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben Also los, einfach mir nach Auf, in die Katakomben Was ich dir noch sagen wollte, Mario Was denn? Da unten gibt es allerlei gesetzliche Gestalt Und sei so vorsichtig Kennst du übrigens schon die Actionkommandos? Ja Wirklich? Wir sollten sicherheitshalber nur einmal üben, oder? Nein War ja irgendwie klar Also auf den Untergrund Du gelangst in die Röhre, indem du auf sie springst Und nach unten drückst Den Stick nach unten ziehst Ja, tun wir Moment Bin wir nicht mehr sicher, aber ich will ja nichts verpassen Wobei, ja, ich wollte es euch nur mit demonstrieren Wobei, wobei ich aber auch sagen will Ich werde nicht alles 100% machen Ich werde nicht hier alles farmen und alles sammeln Ich werde einfach nur das normale Spiel durchspielen Und nicht jeden Gegner analysieren Ne, ihr wisst schon Ihr wisst schon So, ich speichere einmal Zack Willst du das Spiel? Ja, will ich nur einmal speichern So Ihr seht oben ein bisschen was da oben Aber wisst ihr mir verzeihen Das kriege ich irgendwie nicht weg Keine Ahnung So, wir sind in den Katakomben Und man sieht schon Da ist irgendwas Irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief Irgendwas Irgendwas Sehr komische Gestalten hier Wer bist du da eigentlich? Äh, sieh mal an Ich habe deinen Besuch vorausgesehen, Mario Mein Name ist mehrlieblich Ich werde eine wunderschöne Wahrsagerin Meine noble Bestimmung ist es Dir bei der Suche nach Dingen behilflich zu sein Das Funkeln der Sterne jetzt erleuchte, was verborgen ist Ach Sag mir Soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Joa, mach mal Äh Nein Brauchen wir nicht Ich kenne meine Zukunft Ich kenne meine Zukunft Wenn ich was verpasst habe, dürft ihr aber gerne in die Kommentare schreiben Falls ich was verpasst habe Zu diesem Spiel Hey, Alter Gehört die Kleine denn etwa zu dir? Wie sieht es aus, Püppchen? Leistest du uns Gesellschaft? Du wirst es nicht bereuen Ist die Kleine nicht ein bisschen zu jung für dich, alter Rotzbremser? Eigentlich mag ich ja Leute, die kein Blatt vor den Mund nehmen Aber Typen wie euch finde ich zutiefst widerlich Also verzieht euch besser Hey, Jungs Die Kleine in den Mund ganz schön voll Wir werden dir deine frechlichen Zuckerschnute schon stopfen Ihr kriegt, was ihr verdient Das ist wohl die Ghetto Gangster hier, Alter Hier haben wir die gesamte Bandbreite der Gumbas versammelt Ein Gumba, ein Pixgumba und ein Paragumba Bei den Mittleren, die Pixgumba, musst du besonders vorsichtig sein Er trägt ein Pickelhaube Du fletzt die also, wenn du auf ihn springst Den fliegenden Paragumba kannst du mit dem Hammer nicht angreifen Bei ihm musst du einen eleganten Sprung anwenden Je nach Art des Gegners solltest du dir also einen sinnvollen Angriff wählen Mache ich Ach, noch halt was Du kannst die Reihenfolge in der ihr angreifen mit Y verändern Koprina kann also auch vor dir angreifen Merkt ihr das gut Ja, kann sie Aber Machen wir auch Wir greifen mit ihr einfach kopflos an Ja, super Man kriegt ja nicht, man muss halt mal ein bisschen erstmals Rhythmus raus haben Hast du weh Da kann man nicht schön ausweichen So, da müssen wir benutzen wir den Hammer Das ist der Hammer Sehr schön Und Kopfnuss Sehr schön, sehr schön So muss man, so muss man, so muss man Nee, nee, die Hammer brauchen wir nicht Wir benutzen einen Sprung Zehn Sternpunkte, yay Ui Haut ab, man Uff, das geschieht ihnen recht Na gut, Mario Unterwegs werden dir noch einige dieser Typen begegnen Wenn sie dich entdecken, greif sie an Versuche ihnen mit Sprung oder Hammer zuvor zu kommen, bevor der Kampf beginnt Gelingt dir, gelingt, als erhältst du erst den Erstangriff im Kampf Sobald du einen Gegner entdeckst, solltest du also ohne zu zögern angreifen Gut, machen wir Wir gehen erstmal weiter Und hier geht's nicht weiter, sehr schön Dann müssen wir hier lang Und hüpp Ist auch sehr cool, also die Steuerung ist auch richtig, richtig gut ausgereift Also, man kann richtig präzise schon springen Für ein 2D-Spiel ist das schon echt, echt Also für ein Paper Mario-Spiel ist das echt schon sehr gut Gerade weil es halt 2D-PMGs sind Kann man da und dann auch noch präzise springen Ist schon, ist schon nice Oh, man muss aufpassen, dass man hier nicht Die Kulisse zum Einstürzen bringt Weil das kann auch passieren Hämme der Kohle Ah, nein, das habe ich nicht darauf verachtet Ah, Mist, ich wollte eigentlich normal springen Aber gut, passiert halt Geht halt nie anders manchmal Kein Geld Schade Runter Und jetzt ist ein Fragezeitenblock Hauen wir den mal kaputt Oh, ein Pilz Ein normaler Pilz Stellt 5 Kp her Ja Das sind alte Manche Items kannst du für Angriffe auf deine Gegner verwenden Andere Items füllen deine Kp Oder Blütenpunkte wieder auf Drückst du Start, Pause Und blablabla Ja, wir wissen es Ne, wir haben jetzt hier Bei den Items Ein Pilz Das macht halt 5 Kp Gibt es auch andere Wir haben noch mehr Kann ich auch gleich gezeigt, ne Wir haben hier mehrere Ähm Sachen Wie ein Journal Items Team Lexikon mit allen Gegnertypen Werden wir die analysieren Aber wie gesagt Ich werde hier nicht Gegner Ich werde hier nicht alle analysieren Das könnt ihr vergessen Nein, ich wollte ihn doch noch schlagen Naja, schade Dafür kenne ich das Spiel Dafür bin ich nicht so gut in diesem Spiel Um wirklich auch alle zu analysieren Privat würde ich es machen Ja Eventuell Aber da habe ich sowieso nie Lust drauf Oh, eine Feuerblume Nice Ein Feuerangriff gegen alle Gegner Angriffskraft 3 Die können wir glaube ich auch Ja, kann man schon zerstören Nice Geh mal hier runter Ah, ich weiß wo wir sind Ich weiß wo wir sind Huch Ja, das hilft uns aber noch nichts Ai, ai, ai Nein Dreh dich doch um, Mario Greif jetzt bei alle an Ne Oder hat er ein Item versteckt Dann müssen wir schnell Sonst haben wir ein Problem mit dem Weil ich glaube die können auch Items benutzen Sonst Na, down Sehr schön Oh, gut Gut, gut, gut Ich muss halt Man ist auch Wenn man gerade nichts machen kann Wenn der Gegner nur Nur am Angreifen ist Selbst dann Kann man noch Daran was ändern Sich da Ja, ihr wisst schon Ist halt sehr, sehr cool Das Kampfsystem So kann man Nichts nur abwehren So, das war's jetzt aber auch Sechs Sternpunkte Da kommt der nächste Alter Ist hier doch nichts Oh, Mario ist fast down Das Spreuen Gut Benutzen wir gleich mal ein Item Der gute Pilz Jetzt Mario Bevor Mario noch schlapp macht Ähm Ja, ich weiß Ich weiß Ich weiß Pilz Mario Gönn dir Sehr schön Eine Treppe Nach oben Hopp, 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 hopp Hier war Der Schlüssel Ja, ja Ein schwarzer Schlüssel Wozu Wozu mag er wohl dienen Werden wir gleich noch sehen Sogar Wir gehen jetzt erstmal weiter hoch Los, 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 los Oh, eine Wahrscheinlich das schwarze Schlüssel Für diese schwarze Gut aussehende Truhe Probier das mal aus Hey du Du hörst meine Stimme Das würde ja bedeuten Du bist der legendäre Held Ja, wie Nur der legendäre Held Ist in der Lage Meine Stimme zu hören Oh Du musst wissen Vor langer Zeit Hat ein böse Böse Zauberer Mich verflucht Und in diese Kiste Eingesperrt So warte ich nun So seit vielen Jahren Dass der Held Mich hier findet Übrigens Was fühlt dich eigentlich An so einen finsteren Ort Wie diesen Hm Ich frage mich wirklich Ob wir ihm vertrauen können Wir sollten ihm besser nicht erzählen Dass wir nach den Sternen Wir suchen Oh Nein Ich habe ihn verblabbert So, so Die Sternen Sucht ihr Ich wusste doch Dass ihr wahrhaftige Helden seid Ihr werdet mein Geschick brauchen Um in den Besitz der Sternen Zu gelangen Sucht also den Schlüssel Zu dieser Kiste Und befreit mich Aus dieser misslichen Lage Der Schlüssel sieht übrigens so aus Was sollen wir tun Mario Hm Finde den Schlüssel Und bringt ihn her Er muss hier irgendwo sein Ich bitte euch Ihr legendären Helden Er sagt Wir sind legendäre Helden Gumprina Das ist doch schon Vertrauen Ich habe den Schlüssel Subfällig schon dabei Oh Du hast den Schlüssel Danke Du Held Mein Retter Bitteschön Ah danke Du Narr Ich habe dich reingelegt Niemand wird dir helfen Im Gegenteil Die Rache Von meinen langen Qualen Dieser Kiste Ist ein fürchterlicher Fluch Den ich über die verhänge So sei denn verflucht Damit bist du verflucht Selbst Schuld Eiernase Hey Also hör mir zu Ab jetzt wirst du an manchen Stellen Zu einem Papierflieger Wenn du Y drückst Hu 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 Damit hast du wohl nicht gerechnet Von nun an wirst du mit diesem furchtbaren Fluch Leben müssen Wie schrecklich Oh nein Aber da du mich so erdauern Aber da du mich so dauerst Werde ich dir sagen Was du im schlimmsten Fall tun musst Betrittst du eine solche Rampe Erstrahlt der Boden Zum Zeichen meines Fluches Siehst du Drückst Y Und faltest du dich zu einem Papierflieger Du kannst deinen Fluch steuern Den du den Stick Nach rechts oder links ziehst Wenn du es geschickt anstellst Kannst du sehr weit fliegen Hast du verstanden Was mein Vögelder Fluch aus dir macht Ja Haha Wenn du jetzt B drückst Wer ist dein Fluch von dir genommen Merke dir das Nun lebe wohl du Narr Hahaha Oh ich bin verflucht Was war denn das für ein seltsamer Geist Ja wir sind verflucht Leute Wie schrecklich Ja dann benutzen wir Würde ich mir sagen Hier geht es im nächsten Part weiter Ich bedanke euch fürs Zusehen Und im nächsten Part werden wir hier rüber fliegen Mit diesem entsetzlichen Fluch Bis dann Haut rein und tschüss